Was soll das heißen? Sex-Hotline. Halt ihn ganz klar fest, denn ich geb dir jetzt den Rest bei der Hotline. Ich sag's dir ganz privat, ich wünsch dir jetzt ganz viel Spaß bei der Hotline. SMS auf Handy, Mandy, denk ich, Mandy, ich kenn die mich, ruf zurück, erschreck mich, schweih, deine erste Tonkonkret-Vibration, Dauerhypnose, Baby, mach's mich dicke Hose. Du bist rausch, auch wenn besser Wissen mithöhne, wüt' ich mich in meine Kissen, du bist der Hit, hältst mich unverflose, Baby, mach's mich amnesie, deine Stimme, zwing mich in die Knie. Da war ein Telefon, Baby, bis zur Explosion bei der Hotline. Tamam, tamam, Sembanaver, deine Super-Sex-Hotline. Hörst du, leg dich auf, denn hier ist alles erlaubt bei der Hotline. Tamam, tamam, ich ruf dich an, damit du, der Löwe, in mir wächst. Hör mich ganz doll fest, denn ich geb dir jetzt den Rest bei der Hotline. Wechsel, Bamaver, wechsel, deine Super-Sex-Hotline. Ich sag's dir ganz privat, ich wünsch dir jetzt ganz viel Spaß bei der Hotline. Tamam, schübsch an dich, oder bin ich, relax. Brauch dich nicht als Anlauf-Shit-Tation bei eventueller Depression. Will mich daher informieren, mit dir fühl ich mich wie Mann und Tiers-Rieb, Baby, ich will ein Kind von dir. Oh, ja. Statt des Scheinen zum Essen und Sex, wofür hast du mich immer versetzt? Sollte ich wieder alleine dastehen, wirst du mich nie wieder... Pfff, scheiße, Alter, ich halt das nicht aus. Jetzt ist auch noch Akku, aber ich brech ab, das kann doch nicht wahr sein. Hey, Murug, kann ich mal dein Handy? Bei deinem Telefon, Baby, bis zur Explosion bei der Hotline. Tamam, tamam, sem, Bamaver, deine Super-Sex-Hotline. Wechsel, leg dich auf, denn mir ist alles erlaubt bei der Hotline. Tamam, tamam, schübsch an, damit du der Löwe in mir wächst. Und ganz doll fest, denn ich geb dir jetzt den Rest bei der Hotline. Wechsel, Bamaver, wechsel deine Super-Sex-Hotline. Ich sag's dir ganz privat, ich geb dir jetzt ganz viel Spaß bei der Hotline. Tamam, schübsch an, damit du dich relax. Deinem Telefon, Baby, bis zur Explosion bei der Hotline. Tamam, tamam, sem, Bamaver, deine Super-Sex-Hotline. Bitte leg dich auf, denn hier ist alles erlaubt bei der Hotline. Tamam, tamam, schübsch an, damit du der Löwe in mir wächst. Ich sag's dir gar nicht mal, das ist alles erlaubt bei der Hotline. Oder wie ist alles, was ich etwas passiert? Und dann, da muss ich erstmal, die Hotline. Ja, da muss ichよし. Also, was ich wirklich das Eiwelle. Ich sag's dir gar nicht. Ich sag's dir gar nicht nur, dass es, laut der Hotline ist. Vielen Dank.